So, wie immer bei der U21, der Trainer ist wieder voll bei der Sache. Ich wovon mal sehen, ob wir hier noch ein paar Abschlüsse drauf kriegen. So, mal gucken hier, ne? Wieder durch den Zaun, oder war das lästig oder nicht? Wovon mal sehen, was das läuft jetzt. Wovon mal gucken hier. Schön gehalten hat er den, wunderbar. Ja, vorbei, Fahrkarte. Was ist los jetzt? Oh, er wollte mich abschießen. Schönes Ding, ja, sauber, ganz genau gemacht, sehr schön. Wieder ist ein klasse Mann, da lässt sich gar nichts aufmachen. Wunderbar frossen, ja, der zählt ja auch. So, ich hau rein. Schön gehalten, gut gehalten. Oh, er war ja für mich wieder Fahrkarte. Ja, gut. Auf, vorbei, der wollte mich abschießen. So ist er. Oh, auf, vorbei. Ja, gut, ich muss auch mal wieder treffen, ich kann wiederkommen. Oh, da war einer. Da war einer, die suchen sich heute noch den Ball. Na, hier. Ja. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Der muss ich wirklich abschießen, die jungen. Oh, manchen, ja, lad die. So, wo man sich, was morgen noch so frem soll, das. Schön gehalten. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho, ho. Oh, der tränere, der tränere. Huste, was rein, richtig? So, jungen, so ein klartes Video. Wenn ich lust habe, könnt ihr gucken. Ich bin der keine lust hat, wenn ich kuchen. Ja, ich bin der keine lust hat, wenn ich gar nicht klar. Gut, es ist von Peter. Auf von Vorsprung. Tschüss, ich noch der Haus, auf. Tschüss. Tschüss.